Willkommen zurück, liebe Leute. Wir wurden hier am Einsatzort vergessen. Und was aber daran liegt, dass ich einfach zu blöde bin und mein Fahrzeug nicht gefunden habe. Wir haben noch 15 Sekunden Zeit. Ich habe nicht damit gerechnet, in so ein komisches Gefährt einzusteigen. In 5 Sekunden werden wir es sicherlich nicht schaffen. Die anderen sind schon alle am Einsatzort und das war's. So, wir sind jetzt in unserem... Oh, Leute, ich muss hier lang. Ihr fahrt mir wieder und natürlich gleich wieder Verkehrschaos. Wir sind... Ich habe es geschafft, in das richtige Fahrzeug einzusteigen. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum Einsatzort. Während... Was fahren die bitte für Umwege? Äh, das ist... Merkwürdig. So, wir haben immer noch nicht so viel Zeit, aber... So, es geht weiter. Wir müssen hier durch den Schnee fahren, wie es aussieht. Oder ist es irgendwie... Es sieht aus wie so ein großer See einfach mal. Keine Ahnung, wie wir hier hin müssen. Es ist ein ganzes Stück, wie es aussieht. Einsatzleitung an alle Einsatzkräfte. Die Maschine befindet sich im Landeanflug. Alle Einheiten halten bis auf weiteres ihre Positionen bei. FLF 9 an Einsatzleitung. Verstanden. Okay, wir passen hier also auf. Jetzt habe ich es auch kapiert. Oh oh, das Flugzeug kommt. Hoffentlich geht alles gut, Leute. Drückt die Daumen. Oh oh, es fängt an zu schlittern. Das sieht übel aus. Es verliert die Kontrolle. Oh nein! Bäm! Ho ho! Was? Krass! Also, da haben wir eine Menge zu tun. Gut, dass wir hier schon stehen. Gut, dass wir hier schon stehen. Gut, dass wir hier schon stehen. Gut, dass wir schön stehen. Gut, dass wir hier schon abgehen können. Gut, dass wir hier schon stehen. Wir spielen den Müllege, bei uns zu sehen. Alright, wir müssen das Colleão liegen. Ja, meine lieben Freunde, es geht nicht mehr weiter. Ich werde gleich wieder scheitern, weil die Erdhafte nicht mehr funktioniert und ich hier... Ja, super, jetzt funktioniert es, wo ich nur noch sechs Sekunden Zeit habe, weißt du? Liebes Löschfahrzeug, du kannst mich mal. Tschüss, meine Lieben, danke fürs Zuschauen.